Frieden ist der Bauherr, der für dieses eindrucksvolle Rüsthaben verantwortlich zeichnet, die Bevölkerung von Sulz und die Gemeinde, die und dieses schöne Richthaus bereichert Herr Urde. Gemeinschaftswerk feiert seine Vollendung und seinen Höhepunkt. Wir haben schon Angst gehabt, bei uns in Margareten war das sehr gerne, dass ein Gemeinschaftswerk, das seine Einweihung und seinen Höhepunkt feiert, verregnet wurde, aber scheinbar ist den Sultan doch schönes Wetter gegönnt. Es wird schon seine Uhr haben. Unser Feuerwehrhaus in unserem heimatlichen Ort, damit kein Unheil uns erreiche, durch alle Generationen fort. Willkommen unser Feuerwehrhaus, das heute wird geweiht. Möckst du unseren Heimatorte zum Segen sein für alle Zeit. Das Gemeinschaftswerk ist gelungen. Heute am Weihtag wollen wir den Segen erbitten, dass viel Segen ausgeht von diesem Gemeinschaftswerk für die Allgemeinheit. Das Segen von oben, spüren wir schon, ist ohne dies auch dabei. ... ... Wir hohen und wollen uns aufs Kör! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Vielen Dank.